This guy is like, when, when, when. He plays Nintendo. Ich sollte zu ihr ziehen. Das war das neue Intro. Kappa. Was geht ab, meine Werftfreunde? Handy, halt dein Flugzeugmodus. Was geht ab, meine Werftfreunde? Ich bin euer. Wie heißt denn der nochmal? Peter. Und ich will eigentlich gar nicht so viel quatschen. Auch wenn ich es irgendwie trotzdem mache. Warte mal, ich hab noch gar nicht getanzt. Wie kann ich das Ritual vergessen? Hey yo, Captain Jack. Oh, Frage. Bert. Bitte hör jetzt nicht auf und Bert Musiker. Nach dem Verschwinden von Apecrime haben viele Leute geschrieben. Viktor, bitte. Fang nicht auch noch mit Musik an. Bleib bei uns. Und ich dachte mir einfach nur, als ob ich jetzt alles runternehme und... Warte, die werden jetzt aber nicht mit Musik anfangen und dann... Ohne Witz-Die-Promo muss der Megapush gebracht haben. Was? Was? Nur weil wir unser eigenes Ding durchziehen? Spaß. Ich werde euch natürlich erhalten bleiben. Wird es eine Bücherclub-WG geben? Einige Zuschauer fragen ja, ob mir und Toni hier leben. Weil die beiden irgendwie immer hier sind. Aber nein, ich lebe immer noch forever alone. Und ich weiß nicht, ob eine WG so eine gute Idee wäre. Ich muss pissen. Besetzt. Besetzt. Ich heiß dich, Maus! Und wo sollen wir jetzt wohnen? Ich hab da was für euch. Wie würde Creeps als Spiel aussehen? Was geht ab, meine Wärtsfreunde? Und willkommen zu Creeps. Heute habe ich drei Stories parat. Und ich glaub... What the fuck? Was war das? Keine Ahnung. Machst du auf? Soll ich aufmachen? Aufmachen oder nicht aufmachen? Hä? Was ist denn das in der Mitte? Wir haben uns übrigens wirklich überlegt, ob wir aus Creeps ein interaktives Spiel machen sollen. Habt ihr denn Bock auf Creeps the Game? Schreibt uns dran! Viktors Weisheiten 3.0? Genau! Jetzt! Sie sehen jetzt Viktors Weisheiten. Wenn dein Seele voll Narben ist, kann einst Träne unter uns stehenden einst ganze Ozenan füllen. Das macht keinen Sinn. Deine Mutter macht keinen Sinn. Jetzt reicht's mir endgültig. Erst ist meine Mutter alt, dann gay und jetzt macht sie auch noch keinen Sinn. Hä? Ich werde das jetzt ein für alle Mal beenden. Aber Blu, dann da im Händnis 1 Belastung für die Ewigkeit. Denk nochmal lieber nach. Du hast recht. Ich sollte das nicht tun. Kappa! Hey, hast du schon das Video Reacting to German YouTubers 2 von Sunny gesehen? Du bist dabei! Ich hab das Video von Sunny gesehen und ich war wirklich gerührt. I wanna be friends with this guy. Guys, hook me up. I feel like this guy could like be my best friend. Because we're both playing Nintendo, both like making videos. Beste Freunde. Ich sollte zu ihr ziehen. Aber warte mal, wo wohnt die überhaupt? Ich ziehe definitiv nicht nach Norway. Woher gehst du? Wir sind doch deine besten Freunde. Jetzt nicht mehr! Äh, bin ich hier richtig? Ibloli and me, best buddies. Hasst ihr... Sunny? Ja, aber ohne Witz checkt das Video mal ab. Es ist echt süß. Machst du mal dein neues Format? Darüber haben wir neulich nachgedacht. Schauen wir doch mal, was dabei rausgekommen ist. Okay, haben wir eine neue Formatidee? Ich hab's. Etwas komplett eigenes. Ja? Etwas, womit wir uns von allen anderen abheben würden. Weiter? Wir machen... Minecraft Let's Plays! Spaß! Nur Larrys macht Minecraft Let's Plays. Spaß! Aber wenn ihr meine Wertfreunde wirklich ein Vorschlacker für ein neues Format, dann schreib's unten rein. Verstehen deine Zuschauer Sarkasmus? Normalerweise erwarte ich von anderen zumindest ein bisschen Sinn für Sarkasmus. Aber ich hab neulich leider feststellen dürfen, dass ich offensichtlich gar nichts erwarten sollte. Kritik ist mega doof. Lasst die YouTuber doch in Ruhe machen, was sie wollen. Ihr könnt nichts verbieten, also macht erstmal bessere Videos. Ach ja, sowieso ist jeder, der kritisiert, nein, das ist so ein Hobby los. Alles klar, also darf man keine Person mehr kritisieren. Darf ich wissen, warum du sowas schreibst? Leute, warum? Manchmal hab ich das Gefühl, dass einige Leute auch ernsthaft glauben, dass, keine Ahnung, Red Bull wirklich Flügel verleiht und Leute vom fucking Hoch ausspringen würden, um das auszuprobieren. Also, ich würd sowas niemals machen. Mach nur Spaß, Red Bull verleiht wirklich Flügel. Okay! Aber Hauptsache, er lässt sich und geht's gut. Achtung, hinter dir! Äh... In 5 Sekunden wird ein Tor ausgelöst. Du extremen Hörschel in Form ersachen kannst. Ah, Green Carl's asses! Ach, was ist das auch, Red? Aber nur Front. Vielleicht ein bisschen Front. Hast du ein cooles Intro gefunden für E.R.S.? Ich habe euch gesagt, dass wir eine Art Wettbewerb machen. Und dass ich in dieser Folge die drei besten vorstelle. Aber es gibt da so ein kleines Problem. Die meisten Einsendungen waren bisher einfach Joke-Einsendungen. So Paint-Intros und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Und die andere Hälfte waren einfach vorgefertigte Intros. So ganz billig mit Intro-Maker-Pro oder so. Extrem viele Dubs-App-Intros mit diesem typischen 3D-Schriftzug. Und einige, die wirklich okay sind, womit wir aber auch nicht wirklich ganz zufrieden sind. Deswegen wollen wir uns einfach mal so ein bisschen mehr Zeit lassen. Trotzdem bedanke ich mich bei allen Einsendungen bisher. Einige Intros sind einfach mega lustig, wie zum Beispiel das hier. Willkommen zu Aya's Pratsch! Oder das hier. Und wir haben uns gesagt, bis wir das Intro gefunden haben, womit wir wirklich zufrieden sind, nehmen wir bis dahin für die nächsten Videos einfach irgendwelche Fun-Intros. Das nächste iAsk könnte zum Beispiel das hier haben. iAsk, die neuesten Dokumentationen, nur bei uns. Gebt da nochmal nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier mit der Freunde geht's im letzten Video. Die nervigsten Freunde. Und hier zum letzten iAsk. Das Geheimnis von Mayprime. Immer schön, dass wir alle positiv bleiben. Das Geheimnis von Mayprime.